What? Oh, das ist wirklich... Achso, ja, neues 2D-Mario. 2D-Mario, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Oh, wow, was ist das denn für ein Stil? Das hat so viel mehr Persönlichkeit als der New Super Mario Bros. Stil. Wie heißt das? New New Super Mario Bros.? Das ist eine gute Frage, wie werden sie es nennen? Diese Pflanze ist aber fucking schockiert, wovon das gerade passiert ist. Wir haben halt echt lange kein 2D-Mario mehr bekommen. Und die letzten waren halt... Ja, wir haben sehr lange sehr viele bekommen und dann haben sie eben Pause gemacht. Aber die wurden nie schlecht. Ah! Ah! Cool! Yes! Gib mir gute Power-Ups! Er ist fucking... Er ist Kirby! Super Mario Bros. Wanda? Oh, wie er nach oben geguckt hat und sich tatsächlich auch gewundert hat. Oh mein Gott, Leute, wir kriegen doch noch was Gutes. Oktober. Sieht wie ein Fake-Logo aus. Oh mein Gott, das war ein Witz! Kommt N-Wake nicht am 20. raus? What the fuck? Haha Xiaden D-Wake Emily! Tschau keyboard Sie! Paul, du bist ein Bastard! ד 2 Der!